Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal fünf Schritte, die ich immer beachte, wenn ich mit Hall arbeite. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Mixpraxis hier im Recording-Blog und heute wollen wir uns tatsächlich mal einem kleinen Angstgegner meinerseits zuwenden. Denn in jedem Mix ist es so, dass ich so vor der Problematik stehe, dass ich die Räumlichkeit richtig hinkriegen will, also das akustische Umfeld, in dem der Song stattfindet. Wir nehmen ja praktischerweise im Heimstudio sowie auch im großen Studio möglichst trocken auf. Closed-Miking ist da das Stichwort, das heißt, wir räumen die Mikrofone möglichst nah an die Quelle ran, damit wir keine Rauminformationen von dem Raum mitbekommen ins Signal, wo wir aufnehmen. Damit wir dann später gestalten können, in welchem räumlichen Umfeld dieser Song stattfinden soll, in welcher Halle zum Beispiel der Sänger stehen soll, soll er in der Kirche stehen, soll er in einem kleinen Raum stehen oder sonst wo irgendwie. Das können wir alles nachträglich gestalten und im Idealfall natürlich nur dann, wenn wir vorher ein möglichst trockenes Signal aufgenommen haben. Problem ist nur, der Umgang mit Hall ist natürlich, das will geübt sein, das ist das Problem. Und schön ist es, wenn man dann so zumindest ein paar feste Arbeitsschritte hat, die man da befolgen kann und sich einfach nicht von den Möglichkeiten und Optionen überwältigen lässt, die so ein Hall-Plug-In mit sich bringen. Denn beim Kompressor haben wir schon viele Einstellmöglichkeiten, aber beim Hall gibt es definitiv noch viele, viele mehr. Es gibt natürlich Plug-Ins, die nur drei Regler haben, aber es gibt halt eben auch Plug-Ins, die Unmengen an Reglern haben. Aber es gibt ein paar, die sind einfach sehr, sehr wichtig und ein paar Arbeitsschritte, die ich auch jedes Mal wieder einhalte, um mich auch zur Raison zu rufen, jetzt nicht durchzudrehen oder sonst was. Diese fünf Schritte, die zeige ich dir jetzt gleich mal am Beispiel meines aktuellen Weihnachtssongs, den ich traditionell jedes Jahr mit meiner Tochter aufnehme. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein, verpassen nicht die Frage der Woche danach und wir sehen uns jetzt erstmal gleich die Session an. Also los geht's. Und da sind wir schon im Mix und jetzt schauen wir mal, wie wir es genau machen. Ich habe, wie gesagt, den Weihnachtssong hier offen und wir hören mal kurz rein, wie es klingt im Moment. Genau, das ist der Weihnachtssong, den ich mit meiner Tochter mache und jetzt habt ihr es schon gehört, der Hauptgesang hat noch keine räumliche Information, der ist also voll trocken aufgenommen. Wir können mal kurz Solo reinhören. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Ganz trocken aufgenommen, so wie wir es ja am liebsten haben im Studio. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir können die komplette Nachbearbeitung und eben auch die räumliche Information dazugeben. Als erstes, und das ist Schritt eins, mache ich einen Bus, in dem ich den Hall benutze. Ich benutze den Hall in der Regel nicht auf der einzelnen Spur, sondern mache einen Bus und schicke ihn dann per Cent dahin. Das heißt, wir kreieren ihn mal. Ich habe den Bus hier schon generiert. Das ist dieser hier, der heißt Vox Hall, hier auf der rechten Seite. Und ich schicke jetzt mal hier das Signal auf den Bus. Da ist die Vox Hall. Und ich stelle das erstmal auf volle Pulle hier ein. Das heißt, er wird mit voller Pulle hier beschickt. Das heißt, das Signal von Selma, was sie jetzt hier gesungen hat, kommt jetzt auf diesem Kanal auch hier auf der rechten Seite an. Und in diesem Bus habe ich dann halt das Delay, den Hall reingeladen hier. In diesem Fall das Platinverb, was bei Logic mitgeliefert ist. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Delay da rein, Delay, jetzt habe ich schon wieder Delay gesagt, jeden anderen Hall da reinladen. Und ich mache das mal an. Und Schritt zwei von dem, was ich mache, ist normalerweise direkt, dass ich die Hallzeit einstelle. Das ist bei diesem Plugin hier die Reverb Time, das heißt die Länge des Halls. Und die Länge des Halls ist eigentlich schon einer der kritischen Punkte, denn wenn du den Hall zu lang einstellst, das heißt das Signal, das reingeht, ist in der Hallfahne zu lang, dann matscht dir das den ganzen Mix zu. Das heißt, es gibt noch Informationen in den Mix rein, wenn aber schon die neuen wieder reinkommen. Das heißt, du singst eine Zeile, der Hall läuft aus und dann singst du die nächste Zeile. Der Hall liegt aber von dem alten immer noch da drunter und kommt aber von dem neuen schon wieder dazu. Und so addieren sich viele Frequenzen und die ganzen Hallfahnen und so weiter. Das heißt, eine zu lange Hallfahne sorgt dafür, dass hier der Mix zu matscht und das gilt es zu vermeiden. Das heißt, man sollte eine Hallfahne erwischen, die ungefähr so lang ist, dass sie eben nicht die nachfolgenden Zeilen zu matscht. Und das machen wir dann mal hier am Beispiel. Ich versuche das mal jetzt hier, während das läuft. Und ich lasse den Zoom mal hier an, dann können wir das auch gleichzeitig sehen hier, was ich hier mache. Wir hören mal rein, wie das dann klingt. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine Wiener nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ab. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ab. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Das ist ein schwieriger Prozess, weil man muss auch dafür sorgen, dass es eben nicht zu kurz wird, weil wenn es zu kurz ist, dann ist das Hallsignal quasi vor dem nächsten schon wieder zu Ende und dann findet die Anbindung an den Song und insgesamt an die Halle, an die Halle, an die Vocals nicht so richtig statt. Das heißt, es ist so ein schmaler Grad zwischen zu viel, zu wenig und man muss einfach ein bisschen hören, man muss sich das dann auch, also in dem Fall richte ich jetzt den Hall erstmal nach dem Ausgangsmaterial aus, also nach der Vocalstimme hier in dem Fall und sorge dafür, dass die nicht zu matscht und dass die nicht zu viel macht und dann wird das auch hinterher im Mix auf jeden Fall passen. Das heißt, wenn ich hier die richtige Halllänge erwische, dann passt das hinterher auch auf jeden Fall im Mix. Ich höre nochmal kurz rein. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. 1,45 Sekunden habe ich jetzt hier in diesem Fall gewählt. Wir haben einen relativ zügigen Song, das heißt, der wird relativ zügig weitergesungen, dementsprechend kann ich auch eine relativ kurze Hallzeit nehmen und habe die jetzt hier mal eingestellt. Das heißt, Schritt 1, Hall auf den Bus legen und beschicken, Schritt 2, die richtige Hallzeit auswählen und Schritt 3 ist dann bei mir, dass ich das Pre-Delay einstelle. Hier in diesem Fall heißt das nicht Pre-Delay, sondern Initial Delay und das Pre-Delay sorgt dafür, dass das Hauptsignal, also in dem Fall der Vocal, vom Hallsignal so eine kleine zeitliche Versetzung bekommt. Das ist so eine Verzögerung, nach der der Hall eintritt. Das heißt, das Hauptsignal sinkt, du sagst Hallo, dann dauert es, je nachdem, wenn ich das hier einstelle, sagen wir mal, ich stelle jetzt hier mal 40 Millisekunden ein, dann dauert es 40 Millisekunden, bevor der Hall dann zurückkommt. Das soll so ein bisschen simulieren, wie nah oder weit der Sänger wegsteht und ich werde auf meiner Seite, auf dem Recordingblog.com, werde ich mal ein bisschen genauer erklären, wie das genau zusammenhängt. Ich habe hier nämlich ein paar schöne Skizzen vorbereitet, wenn ich die mal hier reinhalten darf, wo ich das hier genau aufgemalt habe. Sieht man das überhaupt hier so? Ich halte es mal ein bisschen so, wo ich gezeigt habe, wie es mit dem Pre-Delay genau ist, wie man das ausrechnen kann, wie man das einsetzen kann. Wichtig ist, zumindest, wenn dich dieser ganze theoretische Kram nicht interessiert, dass du nur weißt, dass du mit dem Pre-Delay dafür sorgen kannst, dass du den Sänger ein bisschen vom Hall trennst. Das heißt, wenn du hier ein Pre-Delay von, sagen wir mal, 40 Millisekunden einstellst, dann holst du den Sänger ein bisschen weiter nach vorne und trennst ihn ein bisschen, also man muss sich das visuell schon fast vorstellen, man trennt ihn räumlich schon ein bisschen vom Hall. Er tritt also ein bisschen näher auf den Zuhörer zu und ein bisschen weiter weg vom Hall. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil je höher die Pre-Delay-Zahl, desto näher kommt der Hörer im Prinzip fiktiv an dich ran. Das ist kein esoterischer Effekt, aber es ist ein Effekt, den man physikalisch durchaus erklären kann und der auch gut funktioniert. Ich habe jetzt hier 40 Millisekunden mal eingestellt beim Pre-Delay und ich schalte mal jetzt zwischendurch einfach mal auf 0 und dann hörst du, ich mache mal erstmal mit 40 Millisekunden, dann hören wir mal, wie das klingt. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Der Hall kommt jetzt 40 Millisekunden verzögert und wenn ich das jetzt auf 0 stelle. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Dann scheint Selma direkt im Hall drin zu stehen und wenn man das Pre-Delay so auf 30, 40 Millisekunden stellt, dann sind die beiden eben nicht mehr verbunden und der Hall kommt direkt als Anregung auf die Stimme, sondern kommt ein bisschen später und dadurch trennt man die beiden Signale ein bisschen und holt den Sänger ein kleines bisschen mehr nach vorne. Das funktioniert beim Hauptgesang sehr gut, indem ich das jetzt hier, sagen wir mal, mit 30 oder 40 Millisekunden einstelle. Auf der Homepage, wie gesagt, kannst du nochmal sehen, wie man das genau ausrechnen kann, wenn man das ganz hochpräzise machen will. Mir reicht es im Prinzip bei 30, 40 Millisekunden, dann weiß ich schon grob, was passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chor hätte, der dazu singen würde, wo ich also definitiv möchte, dass der auch ein bisschen weiter hinter dem Sänger steht, dann mache ich kein Pre-Delay. Das heißt, ich versenke den dann ein bisschen mehr im Hall und sorg dafür, dass der auf der akustischen Bühne auch ein kleines bisschen hinter dem Hauptsänger steht und ein bisschen mehr im Hall drin steht. Pre-Delay, schwierige Geschichte. Wenn ihr noch bessere Erklärungen dafür habt, als die, die ich jetzt gerade gegeben habe, schreibt sie uns unten auf jeden Fall in die Kommentare, weil auch ich kann da nochmal lernen, wie man es vielleicht ein bisschen besser erklären kann. Ich weiß nur, großes Pre-Delay, Sänger näher am Zuhörer ran, ein bisschen vom Hall getrennt, kurzes Pre-Delay, Sänger mehr im Hall drin und dementsprechend ein bisschen verwaschener und weiter hinten auf der Soundbühne. Also Schritt drei, Pre-Delay richtig einstellen. Und der vierte Schritt, den ich dann mache, ist auch immer der gleiche, denn nach dem Delay, wie man hier sehen kann, habe ich einen Equalizer geladen. Es gibt Plug-Ins, Hall-Plug-Ins, die auch einen eigenen Equalizer eingebaut haben. Ich persönlich benutze aber am liebsten tatsächlich einen echten, physischen, dicken Equalizer, wie er hier jetzt auch mitgeliefert wird bei Logic oder bei Studio One, ist auch ein super Equalizer mit eingebaut. Also ein ganz normaler, handelsüblicher Equalizer. Und was mache ich mit dem? Als erstes nehme ich die Bässe raus aus dem Hall-Signal, denn auch so ein Hall, der neigt dazu, untenrum zu wummern und das Signal ein bisschen aufzuschaukeln. Und diese ganzen Bässe, die matschen und wummern dir den Mix zu, gerade wenn du eine etwas längere Hall-Fahne hast und weil man das nicht möchte, schneide ich einfach mit einem Low-Cut, den habe ich hier eingestellt auf, was haben wir hier, 215 Hertz. Schneide also alles rigoros unter 215 Hertz ab, damit das gar nicht erst die Möglichkeit hat, den Mix zuzumüllen. Als zweites mache ich aber auch einen High-Cut, denn ich möchte nicht, dass der Hall so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte zwar, dass das Signal in einem Raum steht und dass auch eine räumliche Information dazu gegeben wird, ich will aber nicht, dass das so prominent ist, dass also erkannt wird, dass das definitiv mit einem Hall gemacht worden ist. Und damit das nicht passiert, muss ich die Höhen abschneiden im Hall. Das sorgt dafür, dass zum einen spitze Laute bei den Vocals zum Beispiel oder auch bei Percussion-Instrumenten spitze Laute nicht so durchkommen, weil die in einem Hall doch sehr prominent dann auftreten würden. Wenn ich ein S zum Beispiel habe, ein scharfes S oder auch starke Stop-Laute oder so oder bei Percussions ein Schlag irgendwie, die kriegen eine ganz besondere Betonung im Hall und hallen dann noch mehr nach und kriegen dann eine Aufmerksamkeit im Hintergrund, die eigentlich da nicht erwünscht ist. Dementsprechend schneide ich alle Höhen ab und habe das hier sogar sehr rigoros gemacht bei 3050 Hertz. Das heißt also, es ist schon sehr muffelig, was hier übrig bleibt, aber dadurch fügt sich der Hall halt auch schön ein, wird nicht zu aufdringlich und gibt die räumliche Information dazu, ohne dass man wirklich, dass man bewusst wahrnimmt, dass da ein Hall für genutzt wurde. Und manchmal korrigiere ich, wie ich jetzt hier auch gemacht habe, in den Mitten noch ein bisschen, wenn der Hall da ein bisschen zu aufdringlich werden sollte, dann nehme ich noch ein bisschen in den Mitten raus, damit auch da ein bisschen mehr Platz für den Hauptmix bleibt. Aber das ist, je nach Gusto, muss man mal gucken, wie man das genau macht. Kann man am besten auch, ich habe das jetzt hier schon fest eingestellt, kann man am besten im Mix dann auch machen oder zumindest, wenn man sich die Stimme schon mal solo anhört, dann schon mal den Hall nachbearbeiten, dass er nicht zu aufdringlich im Mix ist. Also Schritt 4, Equalizer auf den Bus direkt hinter den Hall und damit sind wir schon beim letzten und für mich persönlich wichtigsten Schritt, denn jetzt kommt es, wie laut mache ich denn den Hall? Weil im Moment haben wir es ja so, ich mache das Solo mal raus, wir hören mal, wie es im Moment klingt. Und das ist natürlich definitiv zu laut. Der Hall ist jetzt in der richtigen Länge, er hat einen Pre-Delay bekommen, er ist beschnitten worden in den Höhen, in den Bessen und bei mir auch ein bisschen in den Mitten. Und jetzt geht es noch darum, die richtige Lautstärke zu finden. Und das kann man eigentlich nur im Mix herausfinden. Und auch da ist ein schmaler Grad, genau wie bei der Länge des Reverbs, des Halls, ist es halt so, dass ich persönlich den Hall am liebsten mag, wenn er so gerade so da ist, sodass man, wenn man ihn muten würde, also wenn man ihn stumm schalten würde, dass man dann das Gefühl hat, es fehlt was. Aber es ist halt nicht so, dass er so auffällig ist. Und das ist halt ein wirklich schmaler Grad. Wenn du den dann mutest und dir fällt nicht auf, dass sich irgendwas geändert hat, dann ist der Hall definitiv zu leise gewesen. Das heißt, du musst ein bisschen lauter machen. Wenn du ihn aber wirklich, also auch ohne, dass du dich drauf konzentrierst, wirklich wahrnimmst, dann ist er definitiv zu laut. Stell ihn am besten so nach Gusto ein, wie es dir am besten gefällt und dann nimm einfach nochmal ein dB runter, dann bist du wahrscheinlich auf der richtigen Seite. Und wir stellen das jetzt ja auch mal ein. Ich höre mal. Das ist jetzt so ein Verhältnis, was mir im Moment gut gefällt. Kann morgen schon wieder anders aussehen, weil es ist ja auch tagesformabhängig, wie man hört. Aber wir machen einfach mal, dass ich den jetzt ausschalte, während ich abspiele und wieder anschalte. Das heißt, wir starten mit an. Man fühlt sich wohl, man wird vom Hall in den Arm genommen und dann schalte ich ihn mal weg. Und wenn dann wirklich was zu fehlen scheint, dann habe ich die richtige Lautstärke anscheinend gefunden. Also mit dem Hall gefällt es mir schon deutlich besser. Der Gesang fügt sich einfach besser ins ganze Playback ein und ich nehme jetzt tatsächlich nach der Regel, die ich gerade gemacht habe, nochmal ein bisschen was raus. Minus 13,4 machen wir mal minus 14, damit es nicht zu viel ist. Und damit bin ich am Ende meiner Reise und meiner 5 Punkte auch schon angekommen. Also Bus kreieren, dann die richtige Halllänge finden, dann mit dem Pre-Delay richtig arbeiten, einen Equalizer dahinter schalten und als fünften Schritt dann noch die richtige Lautstärke finden. Und damit sollte es eigentlich im Prinzip klappen. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, warum ich jetzt nichts zu verschiedenen Halltypen gesagt habe, also zum Beispiel Plattenhall, Federhall, Raum, Kammer und wie sie alle heißen sollten oder zu speziellen anderen Plugins. Mir ging es heute wirklich nur darum, Hall zu zeigen, wie man grob erstmal einstellen kann, damit man sich mit den ganzen anderen Sachen nicht auseinandersetzen muss, sondern erstmal grob eine Einstellung findet, wie man mit Hall ordentlich arbeiten kann. Alles weitere ist Feinarbeit, Puderzucker oder ganz besondere Spezialarbeit. Man kann Hall ja auch durchaus als Effekt benutzen. In diesem Fall soll es einfach nur für eine Räumlichkeit sorgen. Und dementsprechend habe ich jetzt erstmal hier nur das grobe Verfahren gezeigt. Wenn man das perfekt beherrscht, kann man sich dann den weiteren Sachen zuwenden. Es gibt ja noch viele andere Parameter, die man einstellen kann. Early Reflections, also frühe Reflexionen. Ein schwieriges Wort, das zum Beispiel. Damit kann man auch tolle Sachen machen und die Räumlichkeit des Raums noch ein bisschen beeinflussen. Das ist das richtige Wort. Wenn du darüber deutlich mehr wissen möchtest, auch dann, schreib es mir unten in die Kommentare rein, dann kann ich demnächst ein Video dazu machen. Denn das ist wirklich ein total spannendes Feld, in dem man sich wirklich sehr, sehr lange abrackern kann. Und das, was dich speziell interessiert, das schreib einfach unten in die Kommentare rein. Okay, wir gehen zur Frage der Woche. Los geht's. Ja, so mache ich es halt mit dem Hall. Das sind so die wichtigen Schritte, die ich eigentlich immer einhalte. Und dann tüftel ich mich von da immer weiter. Wichtig ist, glaube ich, bei Hall oder gerade bei Hall, dass man das richtige Maß an Zurückhaltung übt, damit man den ganzen Mix nicht komplett vollmüllt. Denn Hall, wie gesagt, lädt einen ein dazu, mehr drauf zu machen, als einfach nötig ist. Und dementsprechend sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Stanislav. Und Stanislav schreibt, Lieber Stanislav, ich glaube, diese Frage kann ich sehr, sehr kurz und schnell beantworten, denn ab heute, Trommelwirbel, gibt's bei iTunes neben 30 Minuten mit, einen weiteren Podcast von Recording Blog. Und zwar das aktuelle, wöchentliche Video als Audio-Only. Video ist ja manchmal auch ein bisschen überschätzt. Also man soll ja gerade im Studio viel mit den Ohren arbeiten. Und ich hoffe, dass auch ihr daran Spaß habt, wenn ich jetzt den Audio-Teil dieses Videos dann demnächst wöchentlich auch nochmal bei iTunes reinstelle und man sich den als Podcast runterladen kann. Dann könnt ihr das mitnehmen, archivieren, aufs Handy packen, im Auto hören, wo auch immer im Zug. Und man braucht ja dann nicht immer das Video dazu, denn Hören ist ja in den meisten Fällen viel wichtiger. Ich erkläre ja auch eine ganze Menge und hoffe, dass ihr dann auch gut nachvollziehen könnt in den Audio-Only-Podcasts, also in den Nur-Ton-Podcasts, was ich da mache. Und dass es euch das auch gefällt. Wenn ihr noch andere Wünsche dieser Art habt, also noch eine andere Plattform, die ich auch besprechen soll. Also ich habe ja jetzt schon YouTube, ich habe dann den Podcast, zwei sogar, dann meinen Blog. Wenn ihr noch eine andere Plattform habt, wo ihr vielleicht euch auch wünschen würdet, dass da noch mehr stattfindet, schreibt es doch mal unten rein. Vielleicht finden wir ja noch einen weiteren Vertriebsweg für unsere kleine Recording-Blog-Familie, wo wir uns weiter austauschen könnt. Ihr könnt euch ja auch untereinander austauschen und helfen. Das finde ich auch super, dass das mehr und mehr passiert. Deswegen, da wächst die Familie auf jeden Fall groß zusammen. Und dann machen wir das Ding, let's make recording great again. Das ist, glaube ich, das Stichwort an der Stelle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Ich werde immer ein bisschen schief angeguckt, weil ich diesen Satz sage, weil ich darauf auffordere, quasi den Daumen nach oben zu drücken. Und viele sagen, es ist doch selbstverständlich, wenn mir das Video gut gefällt. Dann drücke ich doch den Daumen nach oben. Aber es ist leider nicht so selbstverständlich und ich selbst muss mir da auch an die Nase packen. Denn oft gucke ich Videos, die ich gut finde und dann im Eifer des Gefechtes klicke ich weiter und habe doch tatsächlich vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Das ist aber im Prinzip das Brot des Künstlers. So wie der Applaus ist für uns YouTuber der Daumen nach oben und ein positiver Kommentar auf jeden Fall das Signal, dass wir einiges richtig machen. Oder im Zweifel auch, was nicht richtig machen, dann müsst ihr einen Daumen nach unten geben. Aber tut mir einen Gefallen, wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, dann schreibt einfach, was ihr Kacke findet, unten in die Kommentare rein. Dann habe ich wenigstens eine Chance, das abzustellen. Und dann bin ich da auch zu jeder Kritik bereit, weil man kann sich ja eigentlich nur verbessern. Vielen Dank auf jeden Fall für die Mitarbeit. Und wir sehen uns dann, wenn du magst, nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu! Und dann, wenn du magst, nächste Woche wieder zu einem neuen Video im Recording-Blog.